Wir gehen rein, ich freue mich darauf, direkt angeschrien werden. In todays Video, ich habe 100 Millionen Euro gegeben. Wir gehen rein. Digger, haben die nicht sowieso einen Krimi, die wirst doch tot sein. Wo sind die? Jungen, die spielen Raft in Real Life, Alter. Bruder, ich hätte so arg gesagt, ich sterbe, Digger. Habt ihr schon gesehen, es ist shitty-ass? Eine Stunde, da ist sie tot. Bruder, Bambusungs, die können Pandas zähmen. Die können jetzt Pandas zähmen. Oder wenn die es jetzt anpflanzen, können die eine endliche Kohlequelle machen. Was war denn? Was war denn hier? Ja, Tippi, mach mal weg. Wer hat sie? So, ist eine Ente. Das ist eine Ente. So, first thing we want to do is set up some structure to cover us. Also, since we're on the slab of wood for the next seven days, we need a place to hide from the sun, so we don't get some birds. So, two birds, one stone. Speaking of birds, while we were building, this happened. Bro, the bird, it's coming right out of us. Oh my God, it's a bird. Yo, my God, it's a bird. Bruder, Jungs, der sah da so feig aus. This is crazy. We should name him. What's his name? Brian. 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 Ja, töten wir ihn. Bruder, warum chillt er so? Ist das, ist das Stage, das er da ist? Keine Ahnung, Gabby, ich find's gut, dass er das hier ist. Boah, Bruder, das ist, sind das, ah nein, das ist Dosenessen. Ich dachte, das sind Energies, Digga. And in these two barrels is our entire water supply for all five minutes. How does it taste? Very hot. Oh no. There was dirt in my cup. It's getting dark and that crate has a word sleep on it. Hopefully the survival guide gave us something soft. Why are they wet? Things do get wet on the boat. I'm ready for bed. I wanna go to sleep. This is night one. And Brian is just yawning. This is miserable. This is all the cover. Bruder, wie so ein Schild der Vogel hast du schild nicht? Der hat einen Vogel. Ah! I didn't realize what I'm signing up for. It's hot. Weißt du, was auch hot ist? Das nicht. Oh, das finde ich wieder doch hot. Ja, das ist ja Salzwasser. Dann können sie sich waschen, aber das ist nicht so doll, maybe. Wegen Bird! Ja, Mann! War ein guter, ich bad nicht. Brian Legende, Jungs, ein Legende ist gestorben. Jungs, Tobi hat mir erzählt, irgendwas war mit Mr. Beast oder also einen aus Mr. Beast Crew, der irgendwie transgender ist und irgendwie war das ein Skandal und twittert alle gehasst und irgendwie wurde auch Mr. Beast und er gekannt und diese Person, ich weiß nicht, wie, gecancelt, aber eigentlich ist nichts passiert und irgendwie hasst dich alle, aber irgendwie lieben sich auch alle. Bruder, ich verstehe gar nichts. Also irgendwer von den Leuten wurde gecancelt. Das habe ich mitbekommen. Oh, 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 oh angesprochen wird also so peinlich ich weiß nicht genau was das ist ich war null drama okay und ich hab nur von toby gehört dass das alles ich kann es haben so leute ausgedacht also es war es war nicht wirklich drama aber leute brauchen ein cooles tik tok und haben gesagt es ist drama so ein ding ist das oder nehme ich an dieser rabel zünden wir es an und dann opfern wir da auf einen von denen ich sag der mann der muss geopfert werden und er auch eine andere ich glaube sie haben die haben die dude kritisiert da sein sohn ja sein vater verlieren würde weil er jetzt auch ein bisschen bald ist also nur irgendwelche homophoben husus der ist vater ich dachte der wird zwölf also es waren so irgendwelche knechte gedacht haben warte mal war mal der ist jetzt der muss jetzt ein schlechter vater sein das ist recherchiert okay also hat hat nur welche opfer aufgeregt wasser dinge also jungs gesetzt euch an rand und los geht's die sind 30 okay mister bis dahin aber ich dachte warte mal wer war das er hier bruder kummer der sieht der dinger der sieht aus wie 23 ich bin zeit ist wenig ins wasser aber kann man arbeiten weil die davon eingeloggt werden aber ich habe keine ahnung wo meeres biologie das ist cool dass man schießt und auffallen ja das sind wirklich frisch aus ich habe die zahnbürsten da ich hoffe es die essen wir leben die schokolade zu zum mittagessen da wo kommen wir hin da hin haxöße brauchste ich allein würde das lernen machen jungs ich trinke so viel wasser real talk ist ich habe mehr angst von wahl als vorm hei hei den juckt das und ich komme er geht hin da kommen seine flosse ich so denke ich okay gut hau ich ab da kann ich nicht looten aber so ein wahl wenn er jetzt hier neben sie auftaucht die welle bahn du bist vorbei das ist das denke ist verloren kannte dies wurde googeln haben die break fest gesagt das ist nicht schlimmer ist nicht schlimmer ist nicht schlimmer ist nicht schlimmer ich habe irgendwie jetzt nur ein mittag angelt angelt ich hätte gewartet ich hätte so mit der unterwasserkamera so ein cash rein gemacht bis er da ist zack hoch an die wand und anders wegschleifen hätte bestimmt nicht geklappt doch der hei frisst wie ein raf das weg bruder das muss doch mal joris erklären das ist das ist ist das ist das ist war so wir haben wir haben wir haben 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 die Ich habe keine Probleme in der Sleeve. Der Raft ist einfach so großartig. Ich bin nicht mehr so großartig. Ich hoffe, morgen wird es besser. Wir haben uns nicht geschafft. Wir verloren den Backen der Forte. Die Haus braucht ein paar repairs. Die Tensions sind ziemlich hoch auf der Raft. Nolen ist ein bisschen upset. Er ist ein Bedeut. Oh mein Gott! Nolen ist schrecklich. Er ist einfach in den Spiels. Es wird okay. Es wird okay. Das ist einfach die Worte. Oh. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wir haben uns in den Trinkwasser gebrochen. Und seit wir in vier Tagen nicht gebrochen haben, haben wir es technischem Wasser gebrochen. Ich habe das nie wieder gebrochen. Oder wenn wir aus Wasser gehen. Weil die Kontamination war, eine dritte unserer Wasser nicht mehr sicher zu trinken. Bei welchem Grund, der Möge... Ja okay, schon. Aber Jungs, das, 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 das. Das nimmt man mit. Das nimmt man mit. Ist das ein Red Bull? Ja. 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 Die... Ja. Ja. Ey Jungs, ich rede mit denen, hab ich nen Freund. Jetzt ist Servers, das hättest du schon Swag, mit aus den zerbrochenen Teilen und die Hälfte der Crew stirbt, aber MrBeast überlebt. Weiß es MrBeast, der bezahlt das mehr. Bruder, ich hätt da so Bock drauf, das war richtig leid, ich würd das so fühlen. Ich würd schon faken. Aber guck mal, Oma, Oma, woher kam die Aufnahme, das wird keine Drohne gewesen sein, das ist ne Schutzschiff. Was natürlich verständlich ist, das da jetzt ist, aber halt die Tatsache, wenn ihr vermittelt, dass sie alleine sind. Ja, true, free Trinkwasser, die sollen sich freuen, big facts, digga. Der Mann sieht geil aus. Bruder, was hat der Mann für Augenbraue, äh, Augenregel bis zum Kinn? Ich bin nervös. Wie geht die nächsten Reinkart, bräu? Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Fall werden, seit 7 Tagen machen. Es rief nicht auf, seit 20 Stunden lang. Und nach dem ganzen Nacht, komplett aufsächtig und aufsächtig, wir mussten uns aufsächtigen, um uns zu verbrechen und zu verbrechen. Der Räft ist nur in Schambel. Wir sind unsere Bäste, wir sie auszübren. Das ist schwer als in der Anartike. Das ist schwer als in der Desert-Videos. Ich bin bereit für zu Hause. Und ich liebe diesen Räft, ich will niemals wiedersehen. Der Blitzer schlägt, brennt alles. Ja, weil das ist wie in Minecraft. Ich glaube nicht beim Regen, weil ich meine, also es ist schon kurz, aber dann wird es vom Regen gelöscht, oder? Glaub ich. Da kommt die Motivation, die kommt zurück, weil die Alpha Mindset haben. Brian! Brian ist Familie, Bruder, er hat seine Homies mitgebracht! Hierzu will keiner es Holz zinten können. Gewitter wird erst gefährlich, wenn es Trockengebiet ist. So, der Mann hat Abi gebibelt! Jungs müde doch, ganz ehrlich! Keine Ahnung, Lexikon kommt und das hat Respekt vor Jan! Nein, logisch, denken falsch! Ich weiß nicht, was ich jetzt gedacht hätte, ich hätte gedacht, dass es so heiß, dass das dann wieder alles trocken wird! So augenblicklich, das habe ich jetzt gedacht! Die Schande stehe ich mal! Nein! Ich weiß nicht, wir sind durch das, jetzt ist der Ende dieser Herausforderung. Die Herausforderung für 7 Tage war eine horrible Entscheidung. Das ist so schwerer! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Lizzard! Ja, Lizard! Die haben wir so hoch! Wofür das, halt, Oma! Wofür das Seil hin? Das ist, das, das frage ich mich! Unbeleevably hot. I'm about to jump in the water, because I'm getting too hot. We're gonna go swimming. I hope Nolan can swim. And while they cooled off in their- Oh! We got creative with our- Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, cold air. I feel amazing. The jellyfish hit me. No, no, no. Ow! How high does the ocean hate us? I knew it was a great idea not to go swimming. Oh, hot. Are you okay? Oh, my leg. Oh, my leg. I found the sweet spot. Oh, yeah. Oh, no. Yeah, I got a little welts in some red lines. For the majority of the day, it was so hot. We literally couldn't walk on the deck. Yeah, I'm hot. I don't want to be alive. Yeah, it's very hot. But as the sun went down, we were optimistic about reaching the finish line. We have less than 24 hours left in the challenge. This has genuinely been the hardest challenge video I've ever been a part of. Honestly, this whole experience has made me appreciate all the things we take for granted in life, like your shower, your food. I miss food. I work in toilet. I never want to poo in a bucket again. I say we celebrate making it this far with a feast war bar. The quale? Yes. Available in every Walmart, Target, 7-11 Albertsons in America. For 2023, if you're still buying Hershey's, it's kind of lame. Hershey's for the boomers. Oh, Jimmy. Why is my chair just broke? Jimmy, I'm starting to think you ate all the food. Yeah, I guess I'll just continue the time lapse with the broken chair, I guess. This is our final night sleeping together, everybody. Woo! I'm so glad to sleep alone. I'm going to miss sleeping by your side. 100%. Man, I would not rather sleep next to any other man. I'm so glad to sleep next to any other man. And with that, I'm going to pass it. 4 Stunden left. After an amazing night's sleep, we were visited by a familiar face. Brian! Brian! Brian's Homies. Thank you, Brian. That meant a lot. It's almost like we were family to Brian. We were. He kept us safe during the night we had the least shelter. Maybe he's just a pea-brained bird. Shut up. Nolan, off the rack. I wish! That was emotional. Everything's gone full circle. We had so many crazy memories in the trap. Yeah. And I think my best memory is going to be leaving. Same. We spent over 150 hours on this floating piece of wood. And even though it was easily the hardest thing I've ever done, the boys and I still had some good times. I figure it out. Well, it's marine. Where's the boat? Where's the boat? In the boat? Then finally the end was literally inside. The boat is coming. Alert the ship of our location. We have to subscribe. Dude, this is so slim to our Lovins. Panama! Oh my god! I'm getting off this route. The first 10,000 people who go to the shop app will get a free box of visible tienen. Click the link in the description and download the shop app right now. EasterES! E vibe! Woah, I'm gonna say it. Was a good. Einer der besten. Oä. Vielen Dank.